Hallo und herzlich willkommen hier bei Black Destiny, hier mit eurer lieben Mondgoss, mit dem Kailan, mit dem Angel, mit dem Fekaris und der Siffi. Hallöchen! Fürs nächste Mal machst du mal Pausen zwischen den Namen, den kann man hier oder hi sagen. Nein, das funktioniert nicht, das haben wir schon öfter probiert. Ja, das funktioniert nie. Du musst einfach bloß machen, so. Ja, so machen. Du Siffi, dann musst du hier ganz schnell schreien, hi! Dann musst du dann gleich weiter machen. Schlimmer wird es noch, wenn sie sich jeder selbst vorstellen soll, dann hört es an die Selbsthilfegruppe. Ja, Schatzi, das hatten wir schon mal. Ne, Schatzi, bei unseren gemeinsamen Aufnahmen hatten wir das schon mal. Nicht nur da. Gemeinsame Aufnahmen, wie romantisch. Naja, mehr oder weniger. Ne, Assistentin, das findest du auch romantisch. Wer hat, hast du wirklich nen Update gehabt? Ich hab nen Ladebalken. Ja, oh nein. Der Ladebalken war beim nächsten Mal schon da. Ja, der Ladebalken war da. Doch. Nein. Doch. Also der war von Anfang eigentlich mit dabei, der kam später mit dazu, aber das Update kennen wir bereits. Genau, da haben wir schon aufgenommen. Nur die Schrift über dem Ladebalken, die ist neu. Die ist auch noch auf Englisch, deswegen ist die neu. Ja, die Tipps. Die Tipps sind ganz wertvoll. So, jetzt, 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 ist hier los. Dreh da durch. Wer killt eigentlich? Wer wohl. Wer wohl, ja. Ja, okay. Ach ja, stimmt. Ähm, wir hatten übrigens im Streamen beschlossen, wir rennen immer vor der Mondgoss weg. Ob sie Killer ist oder das Survivor. Ja, ne, ich wollte auch so zu rennen. Boah. Ich wollte gerade sagen, also, ich wollte gerade zu ihr hin. Ich mach. Ich wollte eigentlich jetzt auch inzwischen gehen. Nein, wir rennen. Ich wollte gerade mal, ich wollte gerade meine treue Liebe bekunden. Genau. Oh nein, oder? Ich meine, es ist scheißegal, was ich spiele, das ist immer Kacke. Ja, ja. Ja, sie hat jemanden gefunden. Ja, ja, ich mach den Geist überhaupt nicht. Weißt du, ich stehe so richtig schön neben mir und versperre dir erstmal den Weg, willst du? Und jetzt, du, meine Bäckchen. Ich war eine Bäckchen. Ah, da bist du. Hallo, guck mal, da war eine Kiste. Willst du die Kiste vielleicht haben? Ja, gleich. Ähm, ja. Jetzt kann die Kiste. Ernsthaft? Ja? Wir, wir haben noch nicht mal eine Minute und du musst dich schon hinlegen? Ja, ich schläge gerne im Dreck. Wir haben schon zwei Minuten. Oh. Oh, der hängt auch. Okay, also, äh, diese Phase sind wir fast fünf Minuten lang. Das war für das letzte Mal. Stimmt nicht. Ich renne an euch öfter mal mit Absicht vorbei. Warum seid ihr eigentlich so gemein zu mir? Ja. Das passiert automatisch. Na, warte. Wenn du dran bist, ne, stehe ich hinter dir und lache dich aus. Ja, das wollen wir, klar. Äh, lass mich verbammeln, die Kleine schläft auch nicht. Ja, Mann, oh. Na, super. Mach der uns falsche Hoffnung. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Ich mag dich jetzt net. Nein, ich mag dich jetzt net. Weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, Mann. Solltest du ihn hängen lassen, der ist bei der Kleine. Nix hängen lassen. Na, ich muss auch andauernd was hängen lassen, also bitte. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Ich hab auch nicht praktisch die Haftanslange. So, damit hätten wir ein Wen gegangen. Hättet ihr so oder so? Nein, 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 nein. Ätsch. Hilft sie jetzt? Er sitzt auf jeden Fall schon wieder am Rechner. Zu spät. Bisschen. Ja, zwei Sekunden zu spät. Als er gerade wieder kam, hat sich sie... Oh, tsch. Wer war denn da? Kommt hier zu mir. Gar niemand war's. Na komm hier jetzt, hier. Hm? Hm. Hm, hm, 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 hm. Was war das denn? Was war das, Schatzi? Oh, der Haken schreit richtig nach dir. Der wollte ich ihn anspucken und dann wollte er weglaufen. Oh, der Schatzi, der Haken schreit förmlich nach dir. Der redet nicht mehr mit mir, der Schatzi. Ja, der ist tot. Und ich muss kämpfen. Wieso? Hilft die Knackpuppelchen dir gar nicht? Eigentlich bin ich hier kämpfen. Ich bin schon unterwegs, aber es gestaltet sich grad als ein bisschen schwierig. Da, 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 da. Lass dir Zeit, Sehvielein. Oh, lass dir ein wenig Zeit. Ich wünschte, ich könnte. Irgendwie ab und so und hab Spaß. Und du, du kannst noch vier Generatoren machen, das geht hoch. Wow, oder fünf. Das ist für die Kürteste, unter unseres Lebens. Oh, bisschen. Noch nicht, noch liegst du nicht. Mein Finger wird taub. Den drück mit dem C. Ne, mit dem dritten Bein, weiß. Oh, okay, das will ich sehen. Wo ist der Knackpuppelchen? Heiz. Keine Ahnung. Da, 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 da. Okay, zu spät. Was? Ja, weiß. Komm, hab sie spät. Ja, ich wär, ich hätt's nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ich komm gleich. Was, auf der anderen Seite der Karte? Ja, wir komm's gleich. So ziemlich. Ich geh noch ein Stück weiter weg. Übrigens, äh, sie kommt da hinten. Da hinten aber so. Deswegen verbissen wir uns jetzt. Äh, nein, ich verbiss mich. Du bleibst da, bitte. Ja, natürlich bleib ich stehen, ne? Bleib da. Ja. Bleib einfach stehen. Okay, das war jetzt grad ein Lack. Also nicht mein Lack. Hallo, Knackpuppelchen. Nein, Knackpuppelchen. Auch ein Lack? Du, 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 du. Der gewünschte Gesprächspartner ist momentan nicht erreicht. Bitte versuch, bitte. Please, hol es rein. Ah, steck fest. Ähm, das war jetzt wohl nicht geplant. Ja, das ist da ein bisschen blöd. Das war eine Stovidee, so. Das war auch so nicht geplant. Ja, Schnitzelfest. Boink. Es war einfach blöd. Das merke ich schon. So lange war ich doch grad gar nicht weg. Ach nee, du warst ne Ewigkeit weg. Ja. Guck mal. Da war ein Haarschung währenddessen. Schön. So, Junge. Mach was daraus. Es macht keinen Spaß, wenn meine Folgen nur so kurz werden. Oh. Dann kill uns doch einfach nicht so schnell. Ja. Aber ich finde, der Geist ist doch echt fies geworden. Ähm. Ist jetzt durchgerannt. Bei mir. Ich wollte dich grad sagen, war das ein Lack? Ja, bisschen. Das leckert. Ja, bisschen. Hey, die Lack sind doch meine Aufgabe. Du bist grad fast wegen dem Generator durchgerannt. Eigentlich ist Angel der, der meinem Besten laggt. Sefi, deine Kunst sind nicht Legs, sondern Hex. Also, dass ich Englischen darum keine Gedanken mache, dass sie sagt, dass ich besser als Hex bin? Könnten wir Wincent mal einen machen? Hi! Hi! Ja, natürlich. Hi! Maul. Okay, falsch, ich persönlich. Ich komme wieder bei denjenigen, der über die Schuhe der genommen wird. Also, am besten, solange sie spielt, machen wir einfach ein bisschen. Hand einfach hochheben und dann eine rein weiße Stern. Hier bin ich, hier bin ich, töte mich, töte mich, töte mich, kannst du mich machen. Nee, schüttest du mit ihm. Du hast mich kämpft vorhin, ne? Ich bin hier, bitte mich mitnehmen. Ich wollte dich jetzt eigentlich fallen lassen. Ja, natürlich. Hast du jetzt eingesperrt? Ja. Nein, du sollst auf der anderen Seite rot rüber. Was soll ich denn damit? Ich wollte mich gerade in diesen kleinen, dreckigen Bus da reinlegen, damit sie irgendwelche Spielchen mit mir machen kann. Gibt's nicht. Ja, wollte ich. Und? Nichts, gibt's. Jetzt bin ich beleidigt. Ja, bist voll beleidigt jetzt. Ih, was ist denn das? Ja, was ist denn das vor allem? Sieht das jemand? Ja. Ja. Sieht jeder. Das, das sieht, äh, ja. Sieht nicht gesund aus. Oh, doch. Echt nicht. Dass das gerade hier ist, weißt du? Das ist ein bisschen... Doch. Völlig normal und gesund. Schnüffel. Äh. Sehr viel ein. Du machst doch bestimmt die Generatoren fleißig, wa? Ja. Natürlich. Hast du schon Bummen gehört? Ja, bei meinem Herzen. Ein eindeutiges Zeichen, dass du dich sehr beschäftigt bist. Ich glaube, du kriegst Besuch. Nein. Du meinst, Thomas kriegt nie Besuch. Ich mein, so kann man das auch in die Länge strecken. Ja, Thomas 14. 14 Minuten erwarten wir jetzt. Ich bin auch 14 Minuten. Hoch. Aha. Das ist ja schön. Irgendwer spielt gerade was. Ich hoffe mal, dass es nicht mehr nach... Hau ab! Vor allem, hau ab! Ja, die Fliege war jetzt immer in der Saison und Weiße. Ja, die Fliege. Immer diese Fliegen überall. Das war übrigens ziemlich mutig gerade. Ja, ein bisschen. Vom Knackpopo. Nein, ich mein... Ja, ich würde gerade sagen, mich könnt ihr ja nicht meinen. Ich bin gerade voll unmutig. Kann man ja gar nicht meinen. Nee. Achso, okay. Nee, aber dich meinte ich gerade nicht. Ja, das war mir klar. Ich bin nie gemeint. Du wirst immer vernachlässigt von allen. Ja. Ich bin voll der vernachlässigter. Ich kann nun mal nicht beiden gleichzeitig zugucken. Doch, du kannst dir mal Mühe geben. Ich schwitze ja schon die ganze Zeit hinterher jetzt. Schneller. Das sieht ja noch bei einer Aufnahme aus. Wenn ich die ganze Zeit nur hin und her springe. Hi, bye. Hi, bye, five. Meine Fresse, habe ich mich jetzt gerade erschreckert. Ich wollte das Bein vor dir. Oh, das ist ein Haken. Ja, kannst du behalten. Danke. Oh, Mucke, hör auf mich zu nerven. Mucke, hör auf. Mucke? Ja, die Mucke, die nervt. Wie machst du aus? Nein, ich muss jetzt gerade erst mal ein bisschen Herzkollaps kriegen, bitte. Nein, du hast mich nicht gesehen. Ja, nein. Und, der Fluch? Schlägt der Fluch zu? Das hätte klappen können. Ja, natürlich gleich in den Keller, glaube ich. Bist du gleich in den Keller? Weißt du, die Kam... Leck mich doch an der Tasche, ihr Sch... Ich echt mal. Da ist kein Haken. Man spielt nicht mit seinem Essen. Winke, winke. Leck mich doch. Ganz vergessen, ich krabbel hier raus. Ich mach die Generatoren auch im Krabbeln, ja. Leck mich doch. Krabbel raus jetzt. Kämpf, kämpf. Such dir die Luke schon mal. Mach ich. Wirklich schafft es die restlichen auch noch. Wo bist du? Nicht hier. Da hinten bist du. Okay. Nein, das ist gar nicht. Das war ich. Das war ich. Ich hab das im Krabbeln gemacht. Ja, im Krabbeln vor allem. Ja, im Krabbeln vor allem. Ja. Wo bist du? Nicht hier. Werden wir uns anstrengen müssen... Werden wir uns anstrengen müssen... Ich geh mal nach Schatzi gucken. Überhaupt nur eins zu töten. Leck mich. Ähm. Ja. Ja, will ich ja. Deswegen komm ich ja zu dir. Nein, hau ab. Nein. Hau ab. Will ich mit meinen Super... Erwischt. Will ich mit meinen Super... sexy Stummelbeinchen-Liebkosen? Ja, die kannst du bleiben. Ich bin nicht da. Hatschi. Ja, ich bin gerade einkaufen. Ja, er ist weg. Hatschi. Ich bin gerade einkaufen. Milch, Eier, Brot. Hatschi. Zucker habe ich auch kein mehr. Was denn? Geh doch mal ein wenig mehr kaufen. Was denn Hatschi? Ich kann nicht mehr einkaufen. So viel Geld habe ich nie. Hatschi. Hallo? Was ist? Geh weg. Was ist? Ei. Wer bist du hier? Schatzi. Bin ich gar nicht. Ich bin die Biene Maja. Ich habe meine Flügel verloren. Lass mich in Ruhe. Komm, Schatzi. Komm, wir gehen wir in den Keller. Komm, wir gehen wir in den Keller. weiler noch mal aus haha mi 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 so ich hecke mich an der Tasche da der gegen die Wand rennen ja ich kann nicht dafür ich sehe die Ansicht bei dir aus noch harsAT ja der wäre aber bei ihm ist es grad wie keine Ahnung ja ich habe ihn wie an der extrem oh das kann ich nicht mehr so zugucken Ich muss jetzt wieder auf Knackpunktbühelchen schalten. Das ist sonst zu heftig. Habt ihr das gesehen? Ja, mach weiter so. Ich nehme mal den Haar rein. Wenn er jetzt stirbt, kannst du sogar die Luke suchen. Oder andersrum. Danke. Sie hat es nur auf dich abgesehen, falls du es nicht mitgekriegt hast. Der tut Vertrauen in mir, Harn. Jetzt bist du halt vertrauen. Nein, sie hat es halt auf dich abgesehen, falls du es nicht gemerkt hast. Nein, habe ich noch gar nicht gemerkt. Gut, dass du mir das sagst. Kann gar nicht sein. Echt mal. Ah, schön gucken. Genau. Ich habe eine bessere Idee. Ich warte einfach hier und Sefi macht die Generatoren. Die macht das heute sehr gut. Ähm, ja. Gut gesehen, gehört. Aber ich habe deine Sachen noch in Ruhe gelassen. Das sind meine. Sefi, hör auf zu sterben. Ja, ich habe ja deswegen zugemacht. Ich habe es jetzt hoch, nicht meins. Genau, du hast es wieder zugemacht. Ja, du hast schon meine Karte in der Hand. Du hast jetzt zugemacht. Das ist meine Porno-Karte. Gib die wieder her. Gar nicht wahr. Nein. Die habe ich selbst gemalt. Gib die wieder her. Nein. Na, Po, das ist meine. Gar nicht wahr. Das ist meine. Gib die wieder her. Nein. Doch. Nein. Nein. Das war jetzt aber schön. Ja. Gib die wieder her. Siffilein, du stirbst nicht allein. Schatz, du weißt doch schon, wo die Luke ist. Nein. Okay. Da fang ich schon mal an zu suchen. Denkst gefunden. Er gibt es mir mit zu. Bitteschön. Ach, Manno. Wenn du meine Porno-Karte geklaut hast, kriegst du noch eins auf den Hintern. Ach, das ist aber nicht fair. Hast du mir eine Porno-Karte nicht klauen dürfen. Die habe ich mir selbst gemalt. Mit meinem Blut. Einmal ein bisschen vor allem. Oh, yeah. Oh, das Beste, das Beste, was es gibt. Ist mir. Richtig. Also, ich habe zwei Generatoren gemacht. Jetzt bist du dran. Ja, machen wir zwei Generatoren machen? Willst du mich verarschen? Schatz, wo bist du? Eigentlich muss ich noch eins machen. Am ADW. Darf ich dir dabei helfen? Nö. Nee. Der hat andere Problemchen. Äh, hallo? Was hast du jetzt getrieben? Was macht das jetzt? Was macht das denn? Das glaube ich nicht. Stopp. Stopp am Leuchten. Ja, stopp am Leuchten. Stürp am Leuchten. Das sieht aber geil aus, wenn du den anleuchtest. Stopp am Leuchten. Stopp. Nütz war das aber cool. Komm her. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Hey, du hast dich aufgehangen. Ich bin weg. Nein, ich bin weg. Ja, gleich bist du ganz weg. Hätte ich beinahe gesagt, würde ich gerade. Ja, die Taschenlapel. Die hat sich gebracht. Ah, Franz, doch die Lupsenschnäxelblaps. Nee, der Franz Werdinand hat nichts damit zu tun. So, Schatzi, jetzt ist es vorbei mit der Spielerei. Die hängt mich immer als erstes. Sieht mich überhaupt nicht leicht. Die Luke, oder? Sieht gar nicht. Was? Weiß jemand, wo die Luke ist? Kuss wahrscheinlich da, wo du gerade nicht bist. Das ist immer gut. Das sagt sie übrigens immer. Ja, nützt er aber nichts. Zeigt die Karte die Luke an? Nein. Leider nicht. Selbstverständlich. Ich schraub hier erstmal kurz ein bisschen an den Dingern. Also hast du vergessen, auf die Porno-Karte die Luke zu malen? Genau. Die hab ich mir auch selbst gemacht, mit meinem eigenen Blut. Sifi, Sifi, wir gucken dir zu. Wir gucken dir alle zu, für dich nicht unter Druck gesetzt. Warum denn auch? Achso, nur nebenbei. Ich hab die Luke. Ja, der macht dann gerade vorne in der Zeit. Ach, da bist du ja, Sifi. Kann man einen aus dem Kill-Off-Squatchen? Nein, bin ich nicht. Hi. Sifi, renn um mein Leben. Ja. Sifi, hier ist die Luke. Guck mal. Da ist die Luke. Sifi, wir kommen. Wer ist alles dafür, dass man sie nie wieder als Kill-Off spielen lässt? Hand heben, bitte, alle. Ich kann meine Hand nicht heben, ich bin mit Wickeln beschäftigt. Ja, aber die Folge noch. ASWD, also. Nicht so, dass ich mir Hoffnung mach, dass ich das noch rechtzeitig schaffe. Ja, könnte sein, weißt du. Guck mal. Nee. Das ist ein Schang. Das ist ein Schang. Ja, Kill-Off-Squatchen. Weil sie keine Freunde hat? Auch. Nicht mehr nach dem Spiel. Keine Freunde. Ja, du drehst deine Freunde ja immer auf. Das bin mehr gemeint als Kill-Off-Squatchen. Guck dich mal Kill-Off-Squatchen an, ja? Mit 551 Punkten. Das waren einfach bloß Mitleidspunkte. Das waren Mitleidspunkte. Das ist voll gemein. Weißt du, ich lass euch auf mein Grundstück ein. Und die klappen mir einfach meine Klamotten. Ich hab doch gesagt, ich hab die selbst gemalt mit meinem eigenen Blut. Wir sind so nett und helfen dir bei deiner Stromversorgung und du hängst uns dafür an. Nicht unbedingt sehr ganz überfreundlich. Ich mag aber nur dunkel. Hast du gerade gesagt, du hast die Karte mit deinem Arsch gepresst? Ja. Mit deinem Arsch gepresst. Damit kommt du mit dir. Ich hab doch gesagt, die Karte hab ich selbst gemacht. Ja, was ist mit, Schatzi? Schatzi hatte auch meine Karte. Meine zweite Porno-Karte. Beide zusammengeführt für mich zu meinem Porno-Schatzi. Die hab ich ja auch wieder zurückge... Die hab ich auch wieder zurückgelegt. Nee, du hast sie fein gelassen, nachdem ich dich gekillt hab. Nein. Nein, das war eine Lampe. Schummel, das ist eine Taschenlampe. Da hat er gehofft, dass er seine Taschenlampe in der Hand hat und nicht was anderes. Ich wollte dir schöne Schattenspielchen zeigen und du... Die wichtigste Lampe von allen. Ich bin der Killer, nach unten guckt. Da musst du schon einen dämlichen Killer haben, der nicht nach unten guckt. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ah! Oh nee. Juhu! Ich bin eben ein Generator gespawnt. Ich nicht. Oh, das ist kein Generator. Das ist Spornbett. Ich war hier ein einziges Mal drauf und Schatzi war Killer und hat mich gejagt. Ich habe traumatische Erinnerung. Ja, die... Weg, du Bücher. Ach, guck mal, Fernseher. Ich guck jetzt, wie fahren sie. Guck mal, Fenster. Nein. Guck mal, wie geht's? Hier, hier, hier. Da steht was. Kennt ihr das Programm? Dabei kämpfen sie schwarze und weiße Ameisen. Oh ja. Das ist das geile Programm. Der voll ist geile. Da habe ich ja schon wieder Glocken hinter Ferne. Echt? Ich glaube, ich habe auch Glockenläuten hören. Vielleicht waren es meine Todesglocken. Ja, ich singe Weihnachtslieder. Lass mich. Die kann man das ganze Jahr singen. Ja, ich singe auch das ganze Jahr irgendwelche Weihnachtslieder. Feliz Navidad. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wenn, dann muss ich jetzt Merry Christmas oder so singen. Merry Christmas, I gave you my heart. Können wir das? Können wir das halt auf die richtige Jahreszeit verschieben? And give it to someone special. Nein. Guck mal, Knippepülpülchen. Nein, ich bin nicht da. Lauf um mein Leben. Hi. Sefi, Sefi, Sefi. Bin negativ. Sefi. Bin negativ, ja. Gut, Schwangerschaftstest negativ. Okay, dann gib mir Infos. Der Schwangerschaftstest ist negativ. Sefi, du bist nicht schwanger. Kriege ich mal kurz eine Info, was sie eigentlich ist? Ach, nix. Ähm, hässlich. Ja, kleines Ding. Ganz kleines Ding, was aus dem Boden rausragt. Nein, 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 ich bin fast fertig. Lass mich. Schau. Schau, Schwein gehabt. Die Hackens ist aber auch fies für den Killer hier. Die Hackens sind scheißwein. Oh ja, der arme, oh ja, der arme, der arme, Stella. Ähm, hallo. Boah, gibt es hier eigentlich mehr als ein Generator? Ja, ich habe schon drei markiert. Eingepultort. Guck mal, Schatzi, in den Haken wollte ich eigentlich knappe Pöhrchen anhängen. Wenn die mich jetzt hier anhängt, ja, gehe ich aus dem Spiel. Okay, ich gehe aus dem Spiel. Wisse, Sefi lässt sie erstmal richtig schön erstmal so gehen, wirst du, und denkt sich so, oh ja, die kleine Sefi, die darf laufen. Und mich hängt sie erstmal fett an den Haken. Das stimmt gar nicht. Hau ab, du Scheißgräer. Ich habe knappe Pöhrchen einfach nicht mehr gesehen. Knapppöhrchen hatte einfach nur Glück. So, also, nachdem ich ja nur sehr gut sehen kann, wo ihr alle seid, ich sterbe. Glaub ich auch. Ah, gute Info. Also, sehe ich, wie ihr es da? Ich würde ja gerne kommen, aber ich fürchte, ich komme erst mal weg. Ja, ich glaube, ist auch verliebbar. Ich sterbe hier ein bisschen rum, ich habe mein Blutpaket über mir hängen, alles prima. Okay, dann. Also lebst du doch noch ein bisschen länger, wenn du gleich noch eine Blutzufuhr wieder hast, bevor du verblutest. Ja, das Problem ist, die ist leider falsch angeschlossen und... Schlecht der Doktor, also. Halt die Blutgruppe. Ja. FBL negativ. Solltet ihr euch mal langsam hinne machen? Nö, 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 bleib mal weg. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Hörst du schwer oder was? Ich weiß, die Hexe kommt schwer dichter, ne? Ja, natürlich. Sie steht ja wohl auch gleich vor mir, also bleib weg. Hä? Hallo, hörst du schwer? Immer. Ja, ich merke das schon. Hätte er klappen können. Hätte er klappen können. Du musst ja den Hexen schreit fragen. Ach, da drüben. Ist ja praktisch. Bleib in ihrer Nähe. Bis denn. Hau ab. Nur Gosshaken. 50 Mal in Deutschland. Jetzt ist ja auch niemand her. Ach, nö. Also, jetzt hängt schon der Nächste. Ich wollte retten. Das ist der echte Witz von euch, bitte. Ähm, ähm. Hasi? Hast du sie nicht gesehen? Doch, aber ich wollte dich jetzt erstmal runterholen. Und ich dachte, das ist doch nicht wahr. Ich hab da rechtsgepackt, aber nicht so ganz. Wie sollen wir denn jetzt Streichleinheiten geben? Ja, ja, was ist ja noch. Engelchen, der Glischstück. Genau. So. Tschüss. Bye, bye. Mach's gut. Bis denn. Na, Schatzilein. Engelchen, wo bist du hingelaufen? Okay. Mal da. Ach, nö. Viel Spaß, wenn man alleine spielt, übrigens. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Anscheinend schon. Ja, da kann man es mal wieder sehen. Ist das irgendwie so Absicht, dass ich jedes Mal überbleibe? Ja, das ist Absicht. Anscheinend. Ich wollte dich ja hängen, aber du bist ja weggelaufen und hast mir dafür Schatzi gelassen. Toi, jetzt hängst du mich sogar in der Nähe von Hasi auf. Jetzt kann ich jemandem sterben zu gucken. Ja. Ach nee, eher mir. Ich sterbe vor ihm. Wie soll ich das denn machen? Nee, ich meine jetzt hier Engelchen. Oh, guck mal. Du hast gar keine Haken, die in dir drinnen stecken. Ey, guck mal, ich habe eine Kiste gefunden. Ich sehe keine Haken. Ich wünschte, ich hätte die. Doch. Ach so, stimmt. Du hast da recht. Ja. Warum kämpfe ich eigentlich? Jetzt gerade mit gar nichts. Nö. Geil. Machst du da Fantasie oben, oder was? Ja. Hätte sie Rollenspiel hier. Mein Kopf wäre ein Rollenspiel. Okay, ich gucke mal Hasi zu. Oh, der macht ja das Gleiche. Echt begabt hier gerade. Hier gucke ich mal Sefi zu. Man, dieses Herz hier immer. Sefi. Na, Püppelchen. Hi. Ich bin tot. Oh, hier ist der Ausgang. Ja, da willst du raus. So kurz davor. Ja, so kurz davor. Hallo Hasi. Das glaube ich. Willkommen im Himmel. So, Hasi auch weg. Ich wollte euch retten. Also ich möchte mal sagen, diese Karte ist beschissen. Besonders mit diesem Killer. Also bloß mit dem Spieler, nicht mit dem Killer an sich. Also die Hexe hat hier echt einen Vorteil, wenn sie sich hin und her teleportieren kann. Ja. Ja. Ich muss die Wege aufnehmen, nicht laufen. Und vor allen Dingen, auf einmal sind hier überall Haken, weißt du? Ja. Und sonst, wenn du dir als Killer suchst, findest du einfach Jarkin und jetzt... Alter, voll mit am Arsch. Ich hätte auf Schatzi hören sollen und ihn nicht retten. Richtig. Hör auf mich. Ich hätte auch drauf hören sollen und euch nicht retten kommen sollen. Aber komm her, kriegst du ausnahmsweise einen Daumen von mir. Ja, warte. Ich weiß ja, Manuel. Weil lieb warst. Weil lieb. Weil lieb. Absintheit. Oh, weil lieb. Weil lieb. Weil lieb. Kann man das überhaupt sehen? Seinen eigenen Haken? Äh, sein eigener Haken. Du hast von mir auch ein Däumchen gekriegt, Sophie. Yay! Ihr habt von mir keine Däumchen gekriegt. Noch nicht. Was vor allem sehr förderlich hier ist. Sophie hat auch noch ein Däumchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn... Wer killt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee. Erst ist Schatzi dran und dann ist Keine Ahnung dran. Schatzi bin ich übrigens. Also ich weiß nur, dass ich jetzt letztes dran bin. Das freut mich. Irgendwischen ist jetzt als nächstes dran. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschaui. Bye.